So, hallo zu, äh, diesem Spiel. Keine Ahnung, was das ist. Froggenk. Warum? Wie, wie genau? So, okay, so kommen wir weiter. Also manchmal ist die Steuerung ein bisschen sehr merkwürdig. Also knapp daneben. Ja, gerade noch mal gut gegangen. Das war ja mal ganz, äh, ganz daneben. So, haben wir es geschafft. Haben wir es nicht geschafft. So, haben wir es auch geschafft. Das war ja mal voll daneben. Nein. Warum prall ich denn da so komisch ab? Das wäre mal nichts. So, voll aufladen. Und dann sind wir da. So, und wir sind drüben. Und dann sind wir da noch mal gut gegangen. Von hoch. und rüber ja das war mal gar nichts so geht es nicht nein da muss man dann doch mit weniger schwung ran das war dann doch etwas zu wenig jetzt nicht mehr zurück ja das war ja mal gar nichts juhu jetzt noch mal sagen ich kann hier jetzt noch mal reingehen und die münzen die mir noch hier sammeln das bringt aber nichts ja das war gar nichts ich kann ja eigentlich nur die münzen da hinten noch holen also nicht die münzen sondern die in dem einen level wo ich dann sofort runter gefallen bin naja das ist alles irgendwie nicht so sicher mache das wollte ich doch machen ja 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 also ich will ja schon hoch also nicht so hoch nein ich bin eigentlich ja nur ein paar münzen sammeln also ja das klappt nur perfekt mal wieder warum komme ich denn jetzt hier nicht weiter ja so viel dazu wieso klappt das denn jetzt nicht mehr das habe ich doch eben hingekriegt geht doch die wollte ich ja eigentlich wohin so ich sterbe jetzt einfach ein paar mal ich kann halt da auch nicht mehr zurück wenn ich da einmal vorbeigesprungen bin ja 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 die du du Also, wir gehen mal in das nächste Level. Jetzt haben wir da irgendwie auch ein Geisterkind. Ja, soviel dazu. Soviel dazu. Ja, ich mach's auch irgendwie zehnmal falsch. So. So, durch die verschwinderich-Plattform kann man dann auch durch. Ja, das war toll gelöst. Das war noch toller gelöst. Aber irgendwann haben wir die Münze gesammelt. Und dann haben wir die Münze gesammelt. Ja, soviel dazu. So, wir machen das jetzt einfach schrittweise, dass wir die Münzen sammeln. Oder auch nicht. Warum fällt der immer so weit? So, da haben wir immerhin mal wieder Münzen gesammelt. Und da haben wir tot gesammelt. Und irgendwann haben wir wieder eine Münze. Ja. Wir sammeln einfach mal die Münzen so ein bisschen. Oder auch nicht. Ich sag dazu noch gar nichts. Schön, dass man jedes Mal anders stehen muss auf der Plattform. So, eine Münze haben wir immerhin mal wieder geholt. So, wir haben zwei Münzen geholt. Und wir haben sie alle. Also, ich weiß nicht, was man da für einen Winkel haben muss. Aber den zumindest nicht. Und den auch nicht. Das war zu niedrig. Das war erst recht zu niedrig. Das war zu weit. Schön, dass man auf den Spitzen erst stehen bleibt. Aber das da nicht fehlt. Ja. Ich blase mich offenbar so weit auf, dass ich... So, also nicht. Hä? Wie soll man denn das hier schaffen? So jedenfalls nicht. Das klappt auch nicht. Wie soll ich denn da zu hochkommen? Da muss ja wirklich mit Millimeterarbeit genau den Winkel treffen. Und ich weiß nicht, wie ich den schaffe. So jedenfalls nicht. So jedenfalls nicht. So auch nicht. Moment. Wow. Das ist ganz toll. Warte. Ich bemühe mich ja die ganze Zeit diesen Winkel zu treffen. Den man wahrscheinlich gar nicht treffen kann. Und dann sowas. Ja, so viel dazu. Das wollte ich machen. Das wollte ich nicht machen. Das war auch zu niedrig. Ja, schön, dass ich jetzt genau da durch springe. Was eigentlich überhaupt nicht mein Plan war. Cks. So. Oh.